Dann muss ich tief in sie eintauchen. Ich muss in ihren Gedächtnisspeicher gelangen. Benötige Zustimmung für Datendownload. Ich stimme zu. Jena! Kommt hier! Kommt hier! Verbindung trennen, holen Sie sie raus! Ich versuch's ja! Holen Sie sie raus, sofort! Jetzt! Ich hab niemanden gesehen. Er war kein Mensch. Er ist ein bekannter Terrorist. Und er hat wieder gemordet. Er hat sie nicht nur getötet. Er hat ihren Verstand gehackt. Er ist überall. Und nirgendwo. Ich werde ihn finden. Und ich werde ihn töten. Sie sprechen nie über ihre Vergangenheit. Ich erinnere mich nur an Fragmente. Es gab einen Anschlag. Sie haben dich gerettet. Und jetzt rettest du andere. Hier Major. Ich geh rein. Du hattest eine Familie. Wer sind sie? Sie haben dein Leben nicht gerettet. Sie haben es dir gestohlen. Wie viele gab es schon vor mir? Sie sollte ein gesäubertes Gedächtnis haben. Schalten Sie sie aus. Major! Sie haben mich erschaffen. Aber Sie können mich nicht kontrollieren.